Ja moin, ich habe gerade einen interessanten Artikel vom Microsoft Threat Intelligence Team gelesen zu der Midnight Blizzard Gruppe, die auch unter anderem Namen wie zum Beispiel APT29 bekannt ist. Also ist eine staatlich organisierte Hacker Gruppe. Und hier geht es darum, dass die eine interessante Methode verwendet haben, nämlich RDP Dateien. Also falls euch RDP gar nichts sagt, das Remote Desktop Protokoll ist quasi in Windows mit eingebacken. Also ist eine komplett normale Funktion, die da genutzt werden kann, zum Beispiel für Admins, um Systeme fernzusteuern oder auch damit Leute Zugriff auf den Server in der Firma im Homeoffice haben oder sonst was. Und wenn man jemandem Zugriff per RDP auf einen Server geben möchte, dann kann man sogenannte RDP Dateien verwenden. Da steht dann unter anderem drin, mit welchem Computer sich da in der Ferne verbunden werden soll. Aber da können auch Infos mit drinstehen, dass zum Beispiel die lokalen Laufwerke, die lokalen Festplatten, dass die durchgereicht werden an diesen Remote Server. Das ist eigentlich auch erstmal wieder ein Komfort Feature, also dass meine Dateien, die ich hier lokal auf meinem Rechner habe, dass ich die dann halt auch auf dem Remote Computer drauf zugreifen kann. Und dieser Zugriffsweg zurück von dem Remote Computer auf meinen eigenen lokalen Computer, der läuft mit den gleichen Rechten, wie sonst halt auch ich hier auf meinem lokalen Computer habe. Also ich kann zum Beispiel meine ganzen eigenen Dateien ansehen, was auf dem Desktop ist und sonst was. Und der Zugriff auf weitere Ressourcen ist auch noch möglich, also wie zum Beispiel auf Drucker oder auf die Zwischenablage. Es können Smart Cards ausgelesen werden und und und. Aber ich habe mich jetzt hier erstmal auf den Laufwerkszugriff fokussiert, weil ich das ganz interessant fand, das Szenario sich vorzustellen, dass ich mich einfach nur mit einem RDP, mit einem Remote Computer verbinden muss, damit mein lokales System infiziert wird. Weil ich persönlich bin zwar nicht so 100% davon ausgegangen, aber irgendwie so ein bisschen die Grundtendenz hatte ich da, dass ich dachte, ach, wenn ich mich jetzt so per RDP auf ein Remote System verbinde, dann kann das ja nicht wirklich Auswirkungen auf meinen eigenen Computer haben. Ich mache da ja nur ein bisschen Fernsteuerung. Ich greife auf diesen anderen Computer zu und mein eigener Computer ist safe. Aber das ist auf jeden Fall nicht so. Ich demonstriere einmal kurz, wie es funktionieren könnte. Und bevor wir damit richtig loslegen, möchte ich einmal noch kurz zeigen, dass hier nicht getrickst wird. Also das hier ist mein lokales Autostartverzeichnis von meinem Benutzer. Also in meinem Benutzerprofil AppData Roaming Microsoft Windows StartMenu Programs Startup. Da ist jetzt aktuell nichts drin. Also ich kann ja auch nochmal neu laden. Da kommt nichts Neues dazu. Und dann gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass ich ein nichtsahnender User bin. Und ich habe jetzt hier so eine .rdp-Datei zugeschickt bekommen. Vielleicht per E-Mail, vielleicht irgendwie als Link irgendwie auf einer Webseite. Ist egal. Auf jeden Fall, ich habe jetzt diese Datei und versuche die einfach mal zu öffnen. Und diese Datei ist signiert. Das scheint wohl halt auch so eine Masche jetzt hier von dieser Hackergruppe gewesen zu sein, dass sie die Dateien zusätzlich signiert haben. Deswegen kriege ich jetzt hier so ein blaues Schild. Und das sieht erstmal nicht ganz so schlimm aus. Was jetzt hier aber ein bisschen versteckt ist, ist der Bereich in den Details. Hier ist nämlich jetzt schon angehakt, dass meine Drives, meine Laufwerke, das Clipboard, die Zwischenablage und meine Printer, also meine Drucker, dass die auch an das Remote-System weitergegeben werden. Also der Zugriff ist dann da auch möglich. Aber wie gesagt, ist hier versteckt. Sieht man nicht, ist aber trotzdem angehakt. Einmal ganz kurz als Vergleich. Wenn die Datei nicht signiert wäre, dann würde es so aussehen. Also mit einem gelben Warnungsschild und hier, oh, konnte nicht identifiziert werden. Wollen sie wirklich verbinden? Uiuiui. Aber meins ist ja signiert, deswegen sieht erstmal alles cool aus. Ich klicke also auf Connect und gebe hier meine Zugangsdaten ein. Also die hätte ich eventuell dann ja auch per E-Mail, in der Phishing-E-Mail von dem Angreifer bekommen. Aber ich meine, dass RDP auch so anpassbar ist, dass dann da gar keine Zugangsdaten angefordert werden. Das wäre natürlich dann nochmal eine Schippe extra drauf. So, ich habe jetzt hier eine ganz normale Windows-Anmeldung bekommen, das kurz einmal so ein Command-Line-Fenster hochgepoppt. Würde ich jetzt aber sagen, ist für viele Leute jetzt auch erstmal gar nicht so komisch. Also gerade im Unternehmensumfeld kann es ja gerne mal sein, dass da irgendwelche Startup-Skripte laufen oder sonst was. Und da wundert man sich dann vielleicht auch gar nicht drüber. Und ja, jetzt bin ich hier auf diesem Remote-System, macht da vielleicht irgendwas oder auch nicht. Aber ist egal, im Hintergrund wurde mein eigentliches System, von dem ich aus hier zugegriffen habe, wurde schon infiziert. Ich minimiere jetzt mal einfach hier meine RDP-Session und wir gucken noch einmal in mein Startup-Verzeichnis, in meinen Autostart-Ordner rein. Und da ist jetzt eine Datei drin, payload.exe. Die ist jetzt in dem Fall nichts Schlimmes, sondern das ist einfach nur die Taschenrechner-Applikation. Die wurde jetzt noch nicht sofort automatisch ausgeführt. Aber wenn ich mich jetzt hier an meinem lokalen Rechner einmal abmelde und wieder neu anmelde, dann wird sie ausgeführt. Das heißt also im normalen Alltag, wenn man das jetzt nicht mitbekommt als User, dann vielleicht am nächsten Tag, wenn man wieder ins Büro kommt, Rechner hochfährt, sich anmeldet, dann werden auf einmal irgendwelche Sachen ausgeführt. Und da ist der Taschenrechner hochgeploppt. Und wie bereits ein bisschen früher schon in diesem Video erwähnt, das Remote-System hat ja komplett, so wie wir selber, Zugriff auf die lokale Festplatte von unserem Client. Das heißt, da könnte jetzt auch nicht nur unbedingt was in den Autostart geschoben werden, sondern es könnten halt auch ganz klassisch Daten entwendet werden. Also es könnte zum Beispiel versucht werden, irgendwie was aus dem Browser-Daten rauszuziehen, vielleicht eine Passwort-Datei, irgendwelche Dokumente, die man da liegen hat. Alles Mögliche an Daten, auf die ich selbst Zugriff habe, die im Dateisystem liegen. Da könnte natürlich das Remote-System versuchen, mir diese Daten abzuziehen. So, wie hat das Ganze jetzt funktioniert? Gehen wir dazu einfach nochmal auf den Remote-Host drauf, der meinen Client infiziert hat. Was jetzt hier nämlich passiert, ist einfach, ich habe in der Windows-Aufgabenplanung ein PowerShell-Skript hinterlegt. Hat jetzt hier auch einen mächtig verdächtigen Namen, Infect-RDP-Client. Der wird ausgeführt bei jedem Benutzer, der sich hier anmeldet an dem System. Also als Trigger ist halt bei Anmeldung eines Benutzers eingestellt. Man könnte noch zusätzlich einstellen, dass das irgendwie alle fünf Minuten ausgeführt wird oder sonst was. Aber ich habe es jetzt einfach mal einfach gehalten. Und als Aktion wird hier einfach ein PowerShell-Skript ausgeführt. Also PowerShell.exe, Bindestrich-File und dann der Pfad zu einem PowerShell-Skript. Und dann gucken wir uns dieses PowerShell-Skript einmal an. Das ist einfach nur ein ganz einfacher Proof-of-Concept, dass das funktioniert. Also um herauszufinden, wie ein Angreifer das machen könnte. Dieses Skript habe ich nur zu Testzwecken erstellt. Das heißt, um so ein bisschen nachvollziehen zu können, wie ein Angreifer hier agieren könnte. Natürlich auch, damit man sich schützen kann. Und dieses Skript versucht einfach backslash backslash tsclient backslash c aufzurufen. Das ist eine automatische Windows-Dateifreigabe, die auf meinen RDP-Client zeigt. Also der Computer, von dem aus ich mich verbinde. Da wird dann in den Users-Ordner reingeschaut und der wird einmal durchgegangen. Und es wird einfach geschaut, für jeden Ordner, der im Users-Verzeichnis drin ist, ob ich da reinkomme in den Startup-Folder. Und falls ja, wird da probiert, einfach meine Payload-Datei reinzukopieren. Also jetzt einfach die harmlose calc.exe und dann ist die da im Autostart drin. Das Skript verlinke ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr es auch selber ausprobieren. Und das Gemeine ist ja, dass die User überhaupt gar keine Meldung und keine Info darüber bekommen, dass jetzt hier was in den Autostart reingeschrieben wurde. Das ist zumindest bei mir jetzt hier bei einem Windows 11 23 H2 so gewesen. Aber ich habe es auch probiert, einmal von einem Windows-Server 2022 zu machen. Und wenn ich meine RDP-Verbindung von dort aus aufgebaut habe, da habe ich dann eine Warnungsmeldung bekommen. Also eine Warnung in dem Moment, wo mein Autostart angepasst wurde. Ich blende hier nochmal kurz ein, wie es dann da aussehen würde. Aber je nachdem, wie jetzt da irgendwie die Datei von dem Angreifer gestaltet ist, sieht das vielleicht auch gar nicht so verdächtig aus, was da passiert. Man könnte ja machen, dass da steht hier irgendwie Anti-Malware-Service wurde da jetzt hinzugefügt oder sonst was. Klingt erstmal überhaupt nicht verdächtig. Und ja, Taschenrechner ja auch nicht unbedingt. Das klingt aber ein bisschen komisch. Wer da versiert ist, kann da bestimmt noch irgendwie ein bisschen was Schlaueres reinschreiben, dass es nicht verdächtig aussieht. Ach so, und zum Signieren der RDP-Dateien. Das geht eigentlich auch ziemlich einfach mit dem Microsoft-Tool LDP-Sign und mit kostenlosen Web-Server-Zertifikaten von Let's Encrypt. Also da braucht man jetzt nicht irgendwie ein Code-Signing-Zertifikat oder so, sondern kann man dann sogar komplett mit kostenlosen Zertifikaten auch machen. So, wie kann man sich jetzt schützen? Also was man schon mal überlegen könnte, wäre den ausgehenden Standard-Port für RDP zu blockieren, also 3389. Allerdings könnte ein Angreifer auch problemlos natürlich einen RDP-Server auf einem anderen Port laufen lassen. Da bringt es dann nicht wirklich was. Aber wenn eure Netzwerk-Firewall da vielleicht ein bisschen besser filtern kann, auch nach Protokoll, dann könnte man ausgehend ins Internet das RDP-Protokoll zum Beispiel komplett sperren oder nur auf bestimmte Gegenstellen erlauben, wenn ihr irgendwo RDP-Server habt, wo man vielleicht doch mal rauf soll von internem Netz irgendwo im Internet. Ansonsten scheint es leider keine richtige Schutzmaßnahme per Richtlinie zu geben. Also ich habe jetzt hier per Gruppenrichtlinien versucht, die Laufwerksumleitung zu verbieten. Allerdings kann ich das nur serverseitig einstellen und nicht für den RDP-Client. Und ja, wenn der Server irgendwie bösartig gestaltet ist, dann bringen wir halt nicht irgendwelche Server-Richtlinien was. Da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf. Bisschen schade. Falls ihr sonst noch Ideen habt, wie man sich schützen kann, schreibt gerne einen Kommentar. Ansonsten als End-User könnt ihr euch natürlich schützen, wenn ihr euch per RDP verbindet, gerade wenn es per RDP-Datei ist, dass ihr da schaut, dass dann die Haken alle rausgenommen sind für die Laufwerke. Und die anderen Sachen sind vielleicht auch nicht unbedingt notwendig, könnten auch nochmal ein Risiko für sich darstellen. Oder wenn ihr manuell einen Server angibt bei dem Remote Desktop Connection Ding, also mstsc.exe, da könnt ihr auch Show Options aufklappen, lokale Ressourcen und dann hier alles Unnötige entfernen. Ich bin mir nicht sicher, ob da die lokalen Laufwerke im Standard mit dabei wären oder nicht. Aber würde ich auf jeden Fall nochmal kontrollieren, bevor ihr euch mit irgendeinem fremden System verbindet. Und ich hoffe, ihr fandet das interessant oder nützlich. Es gibt auf meinem Kanal auch noch einen PowerShell-Kurs, falls euch sowas interessiert, schaut mal in die Playlist hier. Und weitere Videos zu Security-Themen gibt's in der Playlist. Und danke fürs Reinschauen, haut rein!